Wir sitzen jetzt hier gerade beim Japanesen und haben eine ganz, ganz tolle Vorspeise. Wir haben unter anderem hier verschiedene Salate, gebratenen Reis und gebratene Nudeln und gebratene Garnelen. Und ganz, ganz besonders haben wir hier in der Mitte Sushi. Und ich muss sagen, für die Kenner, die mich kennen, die wissen ja alle, Yomai, ich liebe Sushi!